Ja, nach langem Schlafen und erstmal ausruhen sind wir jetzt im Fördepark und wie es der Königin genüge ist, in diesem Thron zu sitzen, werden wir jetzt erstmal auch suchen, ob wir was zustimmen können. Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Wir sind jetzt wieder zurück in unsere Ferienwohnung. Wir haben heute einen schönen Tag gehabt in Flensburg und sind halt einkaufen gegangen, haben in der Fußgängerzone uns ein bisschen umgeschaut gehabt. Ja, und hier und da mal eine Kleinigkeit eingekauft, weil das gehört auch zum Urlaub und jetzt sind wir ziemlich k.o. und werden den Abend einfach ausklingen lassen. Wir wünschen euch einen schönen Tag. Macht's gut! Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 BR 2018